Wie sind wir nur hier gelandet? Die Bude liegt nach Klöten. Wir hatten alles. Du warst ein Filmstar schon vergessen. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Birdman 4! Wir drehen Birdman 4! Mal ehrlich, Dad! Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist. Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde. Du weißt, dass ich recht habe. Halt die Klappe! Du bist furchtbar zu furchtbar! Hey, was gibt's? Ruhe dich doch ein bisschen aus. Kapierst du es nicht? Du bist das Original, Mann. Wir starten ein Comeback. Du bist Birdman. Du bist ein Gott. Wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm an? Fuck, du Erschlitz! Lass uns doch einmal zurückgehen und ihnen zeigen, wozu wir imstande sind. Kappe! Ich kann hier was Bedeutendes schaffen. Das muss ich nutzen. Hey, Birdman! Halt mich! Und jetzt, der Aufsatz zu grinsen, du machst mir Angst. Okay, Entschuldigung. Ich hoffe, du hast es in Ordnung. Ich hoffe, du hast es in Ordnung. Wir sehen uns doch auch, dass du mir geschützt hast. Ich weiß, was ich nicht. Ich versuche uns doch mal zurück. wenn du shipmeist-Dominium-Dominium-Dominium. Wir sehen uns, wenn du wirst,